ja ich habe heute noch mal eine Runde der Kurs und die haben das mit den Leitungen Bündung die Bündung uns sind und wir haben das mit euch Quatsch nicht bin ich alleine um bisher für ein Leitungs- und eine kleine Ankündigung und heute Abend beim live stream sind wir auf einem von den lieben Weiß einfach mal auf den Server so ein kleiner pvp-server die IPs unten verlinkt und wir starten einfach auf und als nur startet der live stream und ja sonst gibt's nix mehr so ansprechen ok aber er ist mit dabei aber ich habe mich noch mal wieder dadurch nicht so lauer und ja wieder auf dem pvp-server ob ich jetzt mal das bett und weil ich runter da sind wir drauf und kämpfen einfach ich habe ihn unten nochmal verlinkt und auch bei deinem Kanal vorbei und er macht richtig frische videos und die seines erst gestorben nicht denn war das ist die schlöste wird was kann noch mehr als auch ein Bett was dann noch mal auch nicht schrieg ich ihn und er ist ja auch das nicht geordnet ja die Leiter das bett haben wir schon mal ich brauche ich nur noch ein bisschen nicht mehr nur und haben wir auch gleich denn muss auch gleich die Runde und die Aufnahme beendet soll nur eine kleine Live-Team-Ankündigung sein ich habe ja heute schon Intro geladen aber es ist nur eine kleine Ankündigung und es werden wieder bald mehr Videos kommen ja ich frage ist der ich bin einfach mal gespannt hat er mich gesehen wir hatten den Bogen knallhart dieser Typ knallhart ähm was macht der was macht der heißt auf wenn er hier schreibt was macht der ja ja ich werde ihn ich kriege ihn ich kriege ihn ich kriege ihn nein 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 weiß nicht ob mir dieser kleine Fehler jetzt passiert ist komm 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 ähm ähm er ist da so 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 und da kommt er auch nicht verliere ich jetzt nicht gegen ihn gewonnen das war es jetzt nicht so schlimm soll ja nun ankündigung sein aber ich war heute immer erst dann lasst gerne mal wenn es noch nicht gelassen hat und ja denn erst mal schau